Haben Millionen Rentner zu viele Steuern gezahlt? Grundrentenzuschlag ist steuerfrei. Finanzämter müssen Steuerbescheide korrigieren. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Der Fiskus muss Steuerbescheide von Rentnern korrigieren und zu viel gezahlte Steuern erstatten. Und zwar geht es darum, dass der Grundrentenzuschlag, also Sie kennen das, die Grundrente, die ja 2021 eingeführt worden ist, steuerfrei ist. So sagt es das Jahressteuergesetz 2022. Und zwar liegt die Steuerfreiheit nicht erst ab 2023 oder 2022 vor, sondern sogar schon ab dem 01.01.2021. Wer für den Zuschlag bereits Einkommenssteuern abgeführt hat, erhält vom Finanzamt eine Erstattung. Wer Grundrente erhält, muss hierauf grundsätzlich keine Steuern mehr zahlen. Also auf diesen Grundrentenzuschlag zahlen Sie grundsätzlich keine Einkommenssteuern nach dem Jahressteuergesetz 2022. Der Grundrentenzuschlag kommt den Betroffenen in voller Höhe zu und er darf also auch nicht mit einer Einkommenssteuer belastet werden. Wer die Grundrente seit 2021 erhält und Einkommenssteuern zahlen musste, kann mit einer Steuererstattung rechnen. Denn die Finanzämter müssen bestandskräftige Bescheide korrigieren und die zu viel gezahlten Steuern erstatten. Das Gute ist, die betroffenen Rentner müssen nicht von sich aus aktiv werden. Die Finanzämter werden von Amts wegen tätig. Das heißt also, jetzt muss erstmal die Deutsche Rentenversicherung hier entsprechende Meldungen machen und dann wird das Finanzamt neu rechnen dürfen. Betroffenen von dieser Regelung oder betroffen von dieser Regelung sind vor allen Dingen Rentner, die im Jahr 2021 noch arbeiten waren und dann ab 2021 oder später im Verlauf des Jahres 2021 in Rente gegangen sind und den Grundrentenzuschlag erhalten haben. Also bitte wundern Sie sich nicht, wenn Sie bald im Briefkasten Post vom Finanzamt haben, dann kann es eine gute Überraschung geben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.